Endlich darf man ein Plätzchen backen. Ich bin zu Gast im Senioren-Aktiv-Club und darf heute der Frau Wohlhüter assistieren. Frau Wohlhüter, was backen wir denn heute? Also wir machen heute Florentina. Die sieht man hier, ich kann schon mal ein paar herlegen, damit man sieht wie schön. Die sind ideale kleine Geschenke. Die sind jetzt noch ohne Schokolade, aber sonst sind sie schon total fertig. Habe ich gestern Abend gebacken. Die sind so einfach, wenn man sich traut, dass man sie sogar mit einer Kältung machen kann, wie ich sie zur Zeit habe. Backen Sie eigentlich gern? Eigentlich bin ich keine geborene Bäckerin. Ich back gern, weil ich dann immer überrascht bin, was rauskommt, dass das wirklich was Tolles wird. Also man nehme 200 Gramm gehobelte Mandeln. Gehobelt. Dazu kommt jetzt, Achtung, jetzt gehen wir zur Waage, da kommen 30 Gramm Mehl. Also Sie sehen schon, wenig Mehl, so wenig Mehl, dass man es kaum messen kann. Das schmeißen wir jetzt auf die Mandeln. Weg. So, dann kommen 25 Gramm Citronat. Citronat mag nicht jeder. Und deswegen schneidet sich immer ganz klein, damit man es gar nicht merkt, weil man braucht es. Und ich nehme außer dem Mogeln nur 20 Gramm. Man sieht, dass Sie das schon öfter gemacht haben und dass Sie da schon Erfahrung haben. Ja, da habe ich Erfahrung mit dem Kleinschneiden. Weil das Wichtigste in der Küche, das sage ich immer, ist erstens eine Freude am Essen. Nicht bloß am Kochen, sondern auch am Essen. Dass man sich im Kopf vorstellen kann, wie alles schmeckt. Und gutes Werkzeug. So, die sind jetzt ganz klein. Die werden verschwinden in den. Den wir jetzt da rein. So. Weg damit. Dann kommt ein halber Teelöffel, halber Teelöffel Zimt. Zimt, da muss man aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil dann ist es ekelhaft. Das tun wir jetzt ein bisschen mischen und damit ist die Grundsubstanz fertig. Und jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt wird der Zucker geschmolzen und karamellisiert. So, da brauchen wir, bitte sehr, 100 Gramm Zucker. So, dieser Zucker kommt jetzt in die Pfanne. Da ist ganz wichtig, dass man eine gute Pfanne nimmt. Beschichtet und gut, weil sonst wird es ja noch gar nichts, sonst haben sie Riesenprobleme. So, und das wird jetzt geschmolzen. Dazu brauchen wir 125 Milliliter Sahne und 50 Gramm von dem, muss man mal lange suchen, bis man das findet, Kunsthonig. Das heißt heutzutage Invertzucker. Kitzinger Kunsthonig hat es in meiner Kindheit überall gegeben. Und das war auch ein köstlicher Brotaufstrich. Aber heute muss man wirklich suchen. Wie war das in Ihrer Kindheit? Haben Sie da mit Ihrer Mutter auch gebacken? Oder war da... Ah ja, wir waren vier Kinder. Und meine Mutter hat sehr gut gebacken. Und viel gebacken. Also ich glaube bei fünf, bei vier Kindern. Ja, da muss schon eine relativ große Menge rausspringen. Und von der habe ich auch mein Spitzbubenrezept. Obwohl sie dann später immer behauptet hat, sie hat das nie so gesagt. Das habe ich auch nirgendwo so gefunden. Aber sie sind ideal. Eben das ist jetzt so, jetzt ist es schon braun, wie es gehört. So, dann tue ich das jetzt weg. So, Vorsicht. Jetzt... So. Also da steht zwar drin, dass wir es gleichzeitig reinlassen, aber ich dann klumpze immer so. Darum mache ich das hintereinander. Genau. Nein, nein, das ist schon okay. So. Das ist nur das Möglichste. Und jetzt muss man schnell rühren, dass sie da... Sonst hat man nämlich wirklich Zuckerklumpen. Das löst sich zwar im Backofen wieder auf, auch hier auch. Das löst sich im Backofen natürlich dann wieder auf. Aber mir persönlich gefällt es einfach nicht. Weil ich jetzt meinen schönen Löffel nicht mehr habe. Das ist es. So, jetzt geben wir das wieder drauf. Da haben wir ja eh noch Restwärme. Das muss jetzt noch mal richtig schön aufschäumen. Sehen Sie es? Wie das da schön vor sich hin tut. So. Und damit ist der Teig fertig. Aber jetzt geht es erst richtig los. Jetzt machen wir lauter kleine Häuferl. So. Dann machen wir einfach noch eins. Das reicht total. So. Wenn die leicht braun werden, dann dürfen sie raus. Also dürfen sie schon kräftig braun werden. Weil zu blass sind sie nicht gut. Und den wahren guten Geschmack, den kriegen sie natürlich erst, wenn sie Schokolade haben. Jetzt mache ich mir eins auf, damit sie mal eins probieren dürfen. Ja. Weil sie haben... Das freut mich schon die ganze Zeit. Ah mei und ihr habt es vergessen. Bitte sehr. Dankeschön. Möchten Sie vielleicht auch eins? Und? Sehr gut. Sehr gut. So. Und dann wird es einfach mit dem Pinsel bestrichen und fertig sein für diese wunderbaren Pretzern. Vielen Dank, dass Sie mit uns gebacken haben. Das Rezept zum Nachlesen gibt es auch noch einmal auf Facebook. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Und wenn man ihr habt, dass die Zukunft und hinterlegt ist, geht es wieder dem ein ganzes seizurek. Untertitelung des ZDF, 2020